Oh oh, wenn jetzt die ETFs kommen, gibt es dann überhaupt noch einen Grund, die MicroStrategy-Aktie zu kaufen? Die Frage wurde mir auch hier im Stream gestellt und ich habe damals schon gesagt, ja, es gibt viele gute Gründe, das zu tun. Weil Michael Saylor eine ganz andere Art und Weise von Investment in Bitcoin hat, als es die ETFs tun. Die ETFs bilden im Endeffekt an den Börsen gehandelte Produkte ab, die Bitcoin repräsentieren. MicroStrategy hat eine Strategie, indem sie auf Bitcoin hebeln und alles, was sie machen, ist, immer weiter darauf zu hebeln. Und das hier ist das, was wir jetzt sehen. Schaut euch mal den Aktienkurs an, den Aktienkurs von MicroStrategy. Und überlegt mal, hier sind sie mit ihrer Bitcoin-Strategie gestartet. Da war MicroStrategy bei 121 Euro und jetzt stehen sie bei 1577 Euro. Und ja klar, nach dem Bullrun 2021 hat die Aktie auch hart einbüßen müssen, stand wieder kurzzeitig bei nur 127 Euro. Aber vor allem jetzt in dieser Phase, wo die ETFs bestätigt wurden, geht es einfach nur noch ab. Und ihr seht das auch hier, kurzfristig, nach Bestätigung der ETFs, hier war das, im Januar, zack, ist die Aktie auch eingebrochen, um fast 100 Euro, ein bisschen über 100 Euro sogar. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation, denn die Short-Seller vermuten hier an dieser Stelle, darauf wetten sie ja, dass MicroStrategy wieder runtergehen könnte. Und dafür gibt es mehrere Gründe, die genannt sind. Und ich möchte euch jetzt gleich mal eine Theorie aufmachen, die nicht zu belegen ist, aber die möglicherweise passieren könnte. Und das wiederum könnte für MicroStrategy heftig werden. Passt auf. Im Endeffekt ist das große Problem bei MicroStrategy, wenn MicroStrategy Bitcoin kauft und Bitcoin im Bestand hat, dann haben diese Bitcoin einen Gegenwert. Wenn der Gegenwert dieser Bitcoin kleiner ist als der Gegenwert der Aktie und MicroStrategy's Kerngeschäft, Softwareentwicklung fällt gar nicht mehr ins Gewicht, das ist so klein im Verhältnis zu dem, was sie an Bitcoin Beständen haben und Unternehmenswert haben, heißt das auch, die gesamte Unternehmensbewertung basiert eigentlich auf dem Bitcoin, die MicroStrategy besitzt. Und jetzt kommen wir aber zum relevanten Punkt, denn schauen wir uns mal das im Verhältnis an, dann sehen wir hier gerade, dass die MicroStrategy Aktie gerade bei einem Punkt steht, wo Bitcoin theoretisch bei den Beständen, die sie haben, 177.000 Dollar kosten müsste. Also, kurzum, wir haben eine Marktkapitalisierung bei der Aktie, schaut mal her, Marktkapitalisierung von 28,92 Milliarden US-Dollar. MicroStrategy besitzt aber gerade nur Bitcoin in Höhe von um die 15 Milliarden US-Dollar, also nur die Hälfte ungefähr. Das würde bedeuten, dass die Aktie massiv überbewertet ist und dass sie halt auf den halben Kurs runterfallen könnte, weil ja eben gar nicht so viele Bitcoin im Bestand sind oder der Bitcoin-Preis noch nicht dort ist, dass eben die Marktkapitalisierung von MicroStrategy komplett gedeckt sei. Und das ist ja auch logisch. Natürlich. Und das ist ja auch das, was Michael Saylor deswegen immer wieder macht, Bitcoin nachkaufen. Er gibt Wandelanleihen aus, ja. Er drückt damit ja quasi auch seinen Aktienkurs, weil jetzt mehr Anleihen in dem Sinne im Umlauf sind. Klar, er muss sie irgendwann zurückkaufen. Aber was er eben von diesen Wandelanleihen kauft, von den Krediten in dem Moment, den er ja bekommt von den Anlegern, ist, dass er noch mehr Bitcoin in den Unternehmensbestand kauft. Und so hat er natürlich auch irgendwann vielleicht das Kapital, diese Wandelanleihen zurückzukaufen. Er muss sie ja irgendwann zurückkaufen. Das Problem ist nur, das ist noch weit weg. Und jetzt kommt natürlich der erste Hedgefonds, ein großer Hedgefonds an dieser Stelle und sagt, passt mal auf, da wetten wir gegen. Hier, der Carousdale Capital hat jetzt nämlich einen Bericht veröffentlicht und hat eben diese Probleme hier mal zusammengefasst. Ich lese euch vor aus dem Bericht. Der Bitcoin-Preis, den MicroStrategy-Aktie derzeit impliziert, liegt jetzt bei 177.000 Dollar. Also dem zweieinhalbfachen des Spotpreises von Bitcoin. Die Zeiten, in denen MicroStrategy-Aktie eine seltene einzigartige Möglichkeit darstellen, Zugang zu Bitcoin zu erhalten, sind längst vorbei. Thema ETFs. Man kann ja jetzt auch ETFs kaufen, wenn man an der Börse ist. Bitcoin ist heute leicht über Broker, Kryptobörsen und neuerdings auch ETPs und ETFs in niedrigen Gebühren erhältlich. Keiner der Gründe, die gemeinhin für die relative Attraktivität von MicroStrategy angeführt werden, rechtfertigt es, weit mehr als das Doppelte für dasselbe zu bezahlen. Also, wenn man die Aktie kauft, zahlt man de facto das Doppelte für Bitcoin, als wenn man einen ETF kauft. Jetzt kann also Folgendes passieren. Dieser Hedgefonds hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat auf Bitcoin Long gesetzt, weil er sagt, Bitcoin wird wahrscheinlich weiter steigen und MicroStrategy wird aber auch fallen. Und hat MicroStrategy geshortet. Das Interessante ist, jetzt kommt Folgendes. Wenn dieser Aktienkurs jetzt weiter nach oben geht, muss dieses Unternehmen, Caristate Capital, die Aktie trotzdem kaufen. Das heißt, wenn der Short Trade für sie nicht aufgeht für diesen Hedgefonds und die Aktie steht bei jetzt 1.500 Dollar, sie kaufen die, verleihen sie, kriegen ihre 1.500 Dollar und müssen diese Aktie in Zukunft zurückkaufen bei 2.500 Dollar, dann haben sie pro Aktie 1.000 Dollar miese gemacht. Genau das ist damals bei GameStop passiert. Da haben die Short Seller GameStop in Grund und Boden geschortet. Und dann ist die Community einfach hingegangen und hat am Ende unglaublich viel dieser Aktie gekauft, damit dieser Aktienkurs und ungeahnte mehrstellige hunderte Euro Kurse hochgeht. Also von 2.50 Dollar auf 4.500 Dollar oder wo die Aktie zum Schluss stand. Und der Melvin Capital, der Hedgefonds, musste damals diese Aktie dann zu den Kursen zurückkaufen. Und was ist passiert? Naja, in dem Moment gehen solche Hedgefonds eigentlich pleite. Aber da hängt so viel Kapital dran, so viel investiertes Geld von Leuten, die darauf setzen, dass man eben dieses Marktrisiko und möglicherweise sogar bis hin zu einer Wirtschaftskrise auslösende Situationen nicht passieren lassen will. Also werden derartige Hedgefonds häufig mit neuen Krediten gerettet, damit sie ihre Fehltrades eben rückkaufen können. Das heißt, der Short Trade wird dann einfach finanziert von im Endeffekt neu erschaffenem Geld, also eurer Kaufkraft. Und das ist auch die Unfairness in unserer Finanzwelt, weil ihr das natürlich nicht könnt. Wenn ihr ein Risiko eingeht und sagt, ich shorte MicroStrategy, um sie danach künftig für günstigeren Kurs zurückzukaufen, dann habt ihr natürlich in der Form Pech, wenn der Kurs in eine andere Richtung geht. Dann seid ihr halt direkt, dann ist euer Geld weg, dann seid ihr im schlimmsten Fall insolvent. Für richtig große Marktteilnehmer in der Finanzbranche gilt das einfach nicht. Die werden dann einfach durch das Finanzsystem aufgefangen, weil es häufig eben solche Kaskadeneffekte wie damals im Kryptomarkt mit FTX und so nach sich zieht und das will keiner sehen. Dementsprechend hat Satoshi Nakamoto damals auch in den allerersten Bitcoin-Block diese Headline verfasst, wo es darum geht, damals die Banken zu retten mit Bailouts, damit genau das nicht passiert, dass diese Banken nicht kollidieren. Die sagen wirklich, ja, wir setzen jetzt darauf, dass der Markt fällt und dann fällt er nicht. Oder er fällt und die haben darauf gesetzt, dass der Markt steigt und am Ende tragen sie das Risiko nicht. Das ist das Problem. Ihr als Gesellschaft tragt dieses Risiko. Die Banken bekommen einfach Geld aus dem Nichts. Die Hedgefonds bekommen einfach Geld aus dem Nichts. Trifft mit Sicherheit nicht auf jeden kleinen Hedgefonds zu, aber auf viele ist das der Fall. So, und jetzt mal eine ganz, ganz hypothetische, abgedrehte Theorie, die hier passieren könnte. Dieses Unternehmen, dieses Unternehmen, Carousel Capital, setzt jetzt auf fallende MicroStrategy-Kurse. Jetzt könnte Folgendes passieren, der Kurs fällt gar nicht. Carousel muss ab einem gewissen Punkt die Aktien zurückkaufen. Und wenn sie die Aktien zurückkaufen müssen, die ja jetzt im Umlauf sind durch den Short Trade, heißt das ergo was? Der Kurs steigt noch weiter, der MicroStrategy-Kurs. Der MicroStrategy-Kurs steigt weiter. Was kann MicroStrategy-Kurs machen, indem er weitere Wandelanleihen ausgibt? Mehr Bitcoin kaufen. Die MicroStrategy-Aktie zieht also noch weiter nach oben. Und der Hedgefonds und vielleicht auch weitere Hedgefonds müssen mit Fiat-Geld aufgefangen werden. Es wird also mehr Fiat-Geld gedruckt, um die Hedgefonds aufzufangen, die auf fallende Kurse bei MicroStrategy setzen. MicroStrategy setzt aber auf Bitcoin. Bitcoin steigt für immer. Und sie würden unendlich lange Geld drucken müssen, um die Hedgefonds aufzufangen. Geld, was gedruckt wird, was am Ende den Bitcoin-Preis wieder nach oben bewegt, was wieder dazu führt, dass diese Hedgefonds wieder aufgefangen werden müssen. Wir würden durch MicroStrategy eine Art unendlichen Superzyklus auf die Wette auf Bitcoin sehen und alle Unternehmen, die dagegen wetten, kollidieren oder brechen in sich zusammen und müssen immer wieder aufgefangen werden. Das ist natürlich vollkommen überzogen. Und das wird auch nicht passieren. Am gewissen Punkt wird dann auch einfach so ein Hedgefonds mal pleite gehen müssen. Das könnte sich aber trotzdem als genau das herausstellen, dass diese Unternehmen, die dagegen wetten, am Ende einfach pleite gehen, weil MicroStrategy auf Bitcoin setzt. Und selbst wenn Bitcoin jetzt weniger Bewertungen hat als die MicroStrategy-Aktie, unter Umständen der Bitcoin-Kurs das trotzdem irgendwann abbildet, plus MicroStrategy einfach immer wieder seine Bitcoin-Bestände auffüllt. Diese Short-Seller, die könnten am Ende hart getroffen werden. Und vielleicht zeigt sich einfach irgendwann, dass das Schlaueste, was du tun kannst, eine Wette auf Bitcoin ist, statt eine Wette gegen Bitcoin. Und das ist das, was MicroStrategy als erstes aktiennotiertes Unternehmen tut und was sich hardcore gut für sie rechnet. Von daher werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin der Meinung, dass so ein Short-Squeeze dennoch passieren kann. Der steht nach wie vor im Raum und dass diese Unternehmen, diese Hedgefonds, sich hart verspekulieren, wenn sie gegen MicroStrategy wetten und gegen das Geschäftsmodell von Michael Saylor. Ich bin schon dabei, die klassische Aktienwelt, wenn sie eine reine Aktie bewertet und bewertet, dass einfach das hinterlegte Asset weniger wert ist, dass das eigentliche Geschäftsmodell sich nicht trägt, verstehe ich, dass man dagegen setzt und davon ausgeht, dass die Aktie fällt. Die Frage ist aber, rechnen Sie damit, dass MicroStrategy eben weiterhin Bitcoin akkumuliert und der Bitcoin-Preis weiter nach oben geht? Von daher, es kann einfach sein, dass die Aktie vielleicht einfach ihren Kurs hält, Bitcoin-Preis nachzieht und am Ende einfach zu 100% gedeckt ist wieder, weil der Bitcoin-Kurs derart hoch ist. Also in diesem Fall nach der jetzigen Bewertung bei 177.000 US-Dollar. Spannendes Thema, wirklich spannendes Thema. Ich bin der Meinung, langfristig gesehen, für Michael Saylor ist das, was gerade passiert, äußerst gut. Ich meine, schaut euch mal dieses Unternehmen an, wo das Unternehmen vorher gestanden hat. Guckt euch das mal an und guckt euch mal an, was jetzt hier der Fall ist. Und selbst wenn das fällt, selbst wenn es auf die Hälfte fällt, wo dann der Wert repräsentiert worden würde, der in Form von Marktkapitalisierung der Bitcoin, die MicroStrategy hält, vorgehalten ist, selbst wenn sie dahin fallen, hat sich diese ganze Strategie unglaublich gerechnet für das Unternehmen und für alle Shareholder. Das muss man einfach so sagen. Das ist immens, was hier passiert ist in den letzten fünf Jahren. Ganz, ganz krass. Und das kann noch so weitergehen. Es gibt nach oben kein Limit. Und wenn wir wirklich diesen Superzyklus bei Bitcoin sehen, wird auch MicroStrategy dadurch richtig extrem profitieren. Wichtig, das ist keine Anlageberatung. Ihr unterliegt trotzdem einem Gegenparteirisiko mit MicroStrategy. Ihr unterliegt diesem Risiko, dass das Unternehmen tatsächlich zu ungedeckt ist, zu überbewertet ist. Ihr unterliegt dem Risiko, dass sich das Unternehmen trotzdem irgendwie entscheidet, die Bitcoin abzustoßen. Das kann ja passieren. Und ihr habt natürlich nicht Bitcoin. Bitcoin ist das Gut, wo ihr zwölf Wörter in eurem Kopf habt und das an jeden Ort dieser Welt transportieren könnt. Könnt ihr mit der Aktie nicht. Im Zweifelsfall bei gewissen systemischen Risiken kommt ihr an eure Aktie nicht mehr dran. Da seid ihr genauso zensierbar wie auf eurem Bankkonto bei eurer Bank. Bitcoin als natürliches Gut bringt diese ganzen Fähigkeiten mit. Und wir als Privatpersonen, naja, wir haben den großen Vorteil, wir könnten einfach Bitcoin kaufen. Wir mussten nicht auf ETFs warten oder sonst was. Warum sollten wir das tun? Lass diese Aktienwelt das machen. Es ist spannend, das zu beobachten. Und auch zu beobachten, wie die sich die Schädel einschlagen bei der Wette auf Bitcoin und der Wette gegen Bitcoin. Aber wir als Privatpersonen brauchen das nicht. Und ja, wir sind nicht ihr%. Bis zum nächsten Mal. Green